Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Purer Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Nehmen Sie Tabletten oder sonstige Beruhigungsmittel? Ab und zu eine Schlaftablette, hin und wieder ein Schlückchen Wein und nachts Ohrstöpsel. Welche? Oropax. Kann ich rauchen? Ja, klar. Hey Coco, hier ist mein Baby. Coco, Coco, hey, look, look, yeah. Du bist dir aber irgendwie unsicher. Was? Nein, ich bin mir unsicher. Ne, nicht unsicher. Hast du mich deswegen versetzt? Was? Was? Ob du mich deswegen am Flughafen versetzt hast? Was? Nein, ich hab dich angerufen, weil ich wollte, dass du mich abholst. дерев war, weil ich es nicht guckee, weil ich mich so versetzt mit dir. Wo war ich jetzt? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, Pablo, kommst dich zurück! Was für dich jetzt aber, was ist doch schön, kommst du mich harpst! Was ist das?